Und jo Leute, wie geht's, wie steht's? Willkommen zu euren Leuten wieder auf meinem Kanal und dabei ist auch der gute alte Leon. Hi. Und ja Leute, ihr habt ja schon in den letzten Videos gesehen, also in den letzten drei Videos, dass ich auf Maus und Keyboard und er auch auf Maus und Keyboard gewechselt sind. Und ja, und heute in diesem Video machen wir das so. So, wir gehen in 1 vs. 1 Edit Parcours oder weiß nicht, ja 1 vs. 1 Edit Parcours und ich schreibe mir Zeiten auf. Ich gucke, in welcher Runde ich die beste Zeit habe. Versteht ihr Leute? Ihr werdet schon mitten im Video sehen. Und dabei mache ich auch Musik an, Leute. So Leute, Musik ist an. Und ja, Leute, dann könnt ihr sehen, wie ich addite. Nicht? Pst. Nicht mehr reden, ja? Ja, okay. Ja, okay. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ich gucke, 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 ich gucke. Ah! Nein! Ah! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Das war's. 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 Das ist kurz, Junge. Ich hatte noch 13 Minuten und 7 Zeit. Also da steht noch 13 Minuten 7. Das ist voll schnell. Du hattest 10,49. Hattest du noch Zeug? Das war's. 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 Das war's.